Das hier ist das Schweizer Armeemesser der britischen Armee. Also sozusagen das britische Schweizer Armeemesser. Naja gut, okay, es ist das Joseph Rogers Armeemesser, zertifiziert durch das britische Verteidigungsministerium, eine Art Multitool. Und wenn du wissen willst, was das irgendwie kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß, ganz ungewohnt, ich bin hier in einem Hotelzimmer, und zwar in Deutschland. Zwischen dem Bushcraft Chamboree und der Knife-Messe in Solingen habe ich ein paar Tage frei, und da habe ich mir gedacht, ich nutze die Zeit, hier zu arbeiten, wenn ich nach Hause fahre, nach Österreich, das ist irgendwie langweilig. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme dieses Joseph Rogers Armeemesser mal mit. Das Messer ist ziemlich simpel und auch ziemlich schnell erklärt. Aber insgesamt, die Marke Joseph Rogers geht zurück bis 1690, 92, 93, so irgendwas. Ich habe mir das nicht so genau gemerkt. Und auf jeden Fall ist es bei diesem Messer so, also nicht dieses Messer ist von 1600 irgendwas, sondern insgesamt die Marke. Und diese kommt aus Sheffield, also gemacht in England, geht halt zurück, die unterschiedlichsten Könige und Königinnen, Königin Viktoria zum Beispiel, hat für ihre Armee bei der Firma Joseph Rogers Aufträge verteilt. Und dieses multifunktionale Messer hier zum Beispiel, das ist auch ein britisches Armeemesser. Es gibt da unterschiedliche Versionen davon. Ich habe jetzt hier die mit dem Backlog, was ich sehr, sehr angenehm finde. Es gibt auch Versionen, die etwas früher gemacht wurden, ich weiß nicht, in den 70er oder 80er oder 90er Jahren, so genau, ich weiß es jetzt auch nicht, ist dann die britische Armee dazu übergegangen, hier hinten einen Backlog zu verlangen. Denn ursprünglich war es einfach ein Slip Joint. Zwar ein, wie ich mir sagen habe, lassen sehr harter, aber trotzdem, es könnte trotzdem passieren, dass du dir irgendwie ein bisschen weh tust. Und deswegen ist so ein Backlog gekommen. Es ist ein Zweihandöffner, also auch 42er konform, also ich darf es raus in den Park mitnehmen. Ich finde mich total ungewohnt, dass man hier über sowas nachdenken muss, aber sei es drum. Eine schöne Sheepfoot-Klinge. Wir werden sie dann auch nachher gleich testen, was Schärfe betrifft. Stahl. Für euch Stahlleute da draußen, ich weiß es nicht, das ist einfach ein Stainless Steel. Made in Sheffield. Wie das genau zusammenpasst, ich weiß es nicht. Übrigens, diese Sheepfoot-Klinge, Schneidwerkzeug, also es geht da jetzt gar nicht so sehr um das Stechen, wobei man natürlich auch hier eine dementsprechende Spitze zur Verfügung hat. Also man könnte durchaus stechen, wenn man das denn wollte. Gibt es auch in einer weiteren Version, also es gibt eine etwas längere Version und eine breitere Version, da ist dann hier hinten noch so ein ein Tau auf Dingsbums irgendwas mache. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich könnte den Dirk Aßmann von Bonn fragen, der ist nämlich ein Seemann eigentlich, obwohl er am Hinnendau ist, da habe ich mir die Carbon One geholt. Vor einiger Zeit habe ich auch ein Video hier am Kanal geholt, wenn du dir auch eine haben willst, beziehungsweise wenn du das Video schauen willst, gib oben auf i und schau dir das an. Auf jeden Fall, den könnte ich fragen, wie man das wirklich nennt, das Tau auf Dingsbums machungs Ding, aber egal. Dann haben wir hier einen, es steht in der Beschreibung, it's a pry bar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also so ein Brecheiser, ein kleines, könnte man dafür vielleicht auch benutzen, oder es ist ein Schlittschraubenzieher, schreib du mir als Kommentar, was du darin siehst, und natürlich einen Dosenöffner, was für, ja, ich sage jetzt mal, Dosen in der Vergangenheit sicherlich eine wichtige Aufgabe war, weil ja da diese komischen, die man da zum Aufmachen benutzt, nicht vorhanden waren, diese Öffenhilfen, und auch wenn die mal abbricht, dann kannst du mit einem Dosenöffner natürlich schnell nachhelfen, ist halt die Frage, ob das in der heutigen Zeit noch notwendig ist, kann ich nicht sagen, denn zur Not könnte man natürlich auch mit der Schiebfurtklinge aufschneiden, aber das macht halt die Klinge auch, irgendwie unangenehm, nein, ich verstehe das, ich verstehe das, ich verstehe das, insgesamt ist dieses Teil natürlich sauschwer, also wenn ich das jetzt hier irgendjemandem nachwerfe, ist es wahrscheinlich gefährlicher als mit der Klinge, aber das kann eine Börterin, bin ja kein Nackämpfer, und was wir hier hinten auch haben, ist eine Öse, also einerseits sichert die mal, wenn du das willst, die Klinge zum Aufmachen, wobei es ist, es geht schon sehr einfach, also es ist jetzt nicht so, aber es fällt auch nicht auf, also wenn du das im Hosen-Sack, in Österreich sagst, Hosen-Sack, ich weiß, das ist eine Hosentasche, eine Tasche, also wir sagen Hosensack dazu, wird es nicht aufgehen, aber trotzdem, man kann es damit sichern, beziehungsweise kannst du einen Fangriemen dazugeben, finde ich nicht, kann man dann auch anmachen, so wie wir das zum Beispiel mit unserer Victorinox-Halterung machen, die wir entweder als, für eine Neckknife-Kombination, oder eben für das Sichern in der Hosentasche benutzen, das hast du hier dann quasi gleich mit dabei, aber du kannst es natürlich nicht so abziehen, so wie wir das bei unseren Victorinox haben, aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Gut, das jetzt mal grundsätzlich zu dem Messer, es gibt einige Nachbauten, zum Beispiel von anderen Armeen, innerhalb des britischen Imperiums, oder des ehemaligen britischen Imperiums, des Empires, so habe ich mir sagen lassen, ich bin da jetzt kein Experte drin, korrigiere mich, wenn ich falsch schläge, die australische Armee und in Singapur haben da auch solche Messer gebaut, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das heutzutage noch im Einsatz ist, also ich habe Victorinox, klarerweise, ist einfach multifunktionaler, ich weiß nicht, ob das wirklich heute noch im Einsatz ist, wenn du das weißt, schreib mir gerne einen Kommentar. Ich habe übrigens Bilder gesehen, da ist dann hier in diesem Bereich, oder nein, da, in diesem Bereich, dann auch eine Seriennummer eingestanzt, und da steht dann freigegeben für das britische Verteidigungsministerium, für die Ministry of Defense, und ja, alles cool, alles super, das fehlt jetzt hier bei diesen Teilen, weiß ich nicht, macht es das besser oder schlechter, keine Ahnung. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Schneidtest immer super ist, das ist eh ganz klar, aber ich stelle mir halt die Frage, wofür ist es? Es ist einfach ein Schneidwerkzeug, als EDC eigentlich, eigentlich, Every Day Carry kann das sein, und auch für Deutsche natürlich, Österreicher, wobei, wenn die neuen, verschärften österreichischen Messergesetze rauskommen, von denen ich gehört habe, und gelesen habe, dann dürfte man das im öffentlichen Raum, auch dieses Messer, obwohl es ein Zweihandöffner ist, nicht mitnehmen, weil die Klinge länger als 4 cm ist, aber da berichten wir anders mal drüber. Vielleicht auch noch ganz interessant, das kommt aus England, also das ist made in Sheffield, und ja, ich bin bei solchen Teilen halt, das war auch bei diesem Otter, bei diesem Otter-Messer, bei diesem Funktionstool, was ich glaube ich auch hier am Kanal, oder wo auch immer vorgestellt habe, ist egal, auf jeden Fall, ich tue mir da ein bisschen schwer, es sind schöne Messer, und die sind auch super verarbeitet, und das ist alles klar, aber die sind irgendwie, meiner Meinung nach, ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es ist halt, ja, es ist ein Stück Geschichte natürlich, und es ist natürlich auch performant, und funktioniert, und es ist schön, und es ist wunderbar, ich möchte mich da gar nicht, ich möchte das gar nicht irgendwie schlecht reden, aber, ich bin halt ein Victorinox-Fan. Gut, dann machen wir mal einen Schnitttest, Holz, klassisch, das was ich gerne zum Arbeiten habe, geht natürlich durch wie Butter, sehr scharf, sehr bissig, natürlich aufgrund der Struktur, ist es in der Hand etwas unangenehm, das ist ganz klar, also es drückt, es ist halt kein Objonell, das ist ganz klar, aber von der Schneidleistung her, ist es wie ein Objonell, es geht durch wie Butter, also Holz fix, und auch das Bohren, also wenn wir da jetzt zum Beispiel, bei Holz in einem Loch, oder was Bohren will, oder Kerbe ausnehmen will, das geht ganz gut, dass das natürlich kein jagdlich einsetzbares Messer ist, das ist auch klar, es ist eh ein Utility Knife, also so ein Arbeitsmesser einfach, und Holz geht gut. Was ich natürlich noch testen muss, ist, ist damit die Feuerstahlbedienung möglich. Da haben die Engländer wirklich nicht nachgedacht, also mit dem XL Feuerstahl von mir, kann man leider nicht bedienen, aber man kann nicht immer gewinnen. Aber für einen Messersammler, und natürlich sammle ich es auch, und wird man das natürlich auch behalten, übrigens, natürlich billige Eigenwerbungen, du kannst natürlich bei mir im Shop genau dieses Teil hier kaufen, also nicht nur dieses, also dieses Teil, das ist meins, aber bei uns, wenn du auch so ein Armeemesser, der britischen Armee, von Joseph Rogers haben willst, gebe ich da den Link. Also ja, es hat irgendwie was. Eines vielleicht auch noch, es gibt eine Version, eben mit diesen Seilcup-Dings, das Bombs dahinter, du erinnerst dich, ich habe erzählt, eben im Zusammenhang mit der Bombfrog, mit dem Dirk Aßmann, das Ding ist sauschwer. Dieses Ding ist richtig, richtig, richtig schwer, und hat auch meiner Meinung nach, zur Folge, dass das Messer, und auch dieser Dosenöffner, ganz, 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 ganz schwer aufgehen. Nämlich so schwer aufgehen, dass es da fast die Fingernägel abreißt, und ich bin da sensibel drauf, und daher, wenn du dieses Schnuppel-Buppel zum Aufmachen von Townnet brauchst, oder, wenn du sagst, du möchtest es einfach haben, weil du es haben willst, weil du es in deiner Sammlung haben willst, dann mach das natürlich, also die Marineausführung, dann mach das, aber, so für den wirklichen Gebrauch, eher nicht. Wenn ich, mir etwas wünschen dürfte, aber, wer bin ich, aber wünschen darf man sich ja was, würde ich mir wünschen, dass es so wie beim Otter-Messer, das deutlich leichter ist, weil es eben nicht diesen Edelstahlrahmen hat, oder beim Böker, fehlt mir Atlas, gebe ich da auch unten, den Link haben wir natürlich auch bei uns im Shop, eine Version gebe, die nur die Klinge hat, ohne den Dosenöffner, dann wäre das eine richtig, und auch ohne diesen Pry Bar, diesen Schlitz, oder was auch immer, weil der in der Hosentasche natürlich auch, also das eckt schon an, ja, bei einer, so einer Armee-Hose, die wie ein Büffel ist, also so richtig hart, und, und, und stark, ist das vielleicht nicht so ein Thema, aber, und vielleicht haben die auch eine Hülle, wenn du das weißt, schreib mir gerne einen Kommentar, aber für, wenn das wirklich in den EDC-Bereich reingehen sollte, dann wäre es irgendwie, wie soll ich sagen, netter und cooler, wenn das weg wäre, aber diese Schiebfrutklinge, und, und auch von der Verarbeitung her, ist so gut, dass ich eher der Meinung bin, das würde sich dann schon lohnen, und dann wäre es natürlich ein sehr, sehr brauchbares und schönes EDC-Messer, ist natürlich so auch, aber musst du entscheiden. Ich gebe dir den Link natürlich zu uns im Shop, wo du die Teile dir besorgen kannst, und natürlich kannst du mich unterstützen, indem du dir andere EDC-Ausrüstung bei mir im Shop kaufst, da sage ich jetzt schon Danke dafür, schreib mir gerne einen Kommentar, was du von diesem Joseph Rogers Messer hältst, ob du etwas aufzusetzen hast, in meiner geschichtlichen Einordnung, und korrigiere mir das auch gleich bitte, und denk dran, Rule Britannia, Britannia rules the waves, äh, naja, mit so einem Messer, ich weiß nicht,